Die Messung von Gravitationswellen ist enorm wichtig. Also wir sind jetzt da im Alltagsgeschäft mehr oder weniger von diesen Messungen angekommen, nachdem 2015 im September der Durchbruch gelungen ist, wenn man erstmals zwei schwarze Löcher gemessen hat, die miteinander verschmolzen sind und dann im Prinzip aus der Kollision heraus dieses Erzittern der Raumzeit gemessen hat. Das war natürlich ein wahnsinns Durchbruch. Jetzt, wenn man zum Beispiel die App benutzt von den Leuten von LIGO, dann kriegt man ja ständig irgendwelche Meldungen, dass da irgendwelche kollidierenden schwarzen Löcher oder schwarze Löcher mit Neutronensternen vielleicht sogar oder zwei Neutronensterne entdeckt wurden. Also es sind sehr, sehr viele Ereignisse jetzt entdeckt worden. Wir haben jetzt gerade den Beobachtungslauf O3 von der LIGO-Wirgo-Kollaboration. Was mich persönlich noch freuen würde, wenn man endlich auch mal mit GEO 600, mit dem deutschen Detektor was messen würde. Der ist ja ungefähr so ein Faktor vier oder fünf weniger empfindlich, weil er halt ein bisschen kleiner ist von der Armlänge. Also das wäre für mich persönlich nochmal ein Highlight, wenn dann endlich auch mal aus Deutschland heraus in der Nähe von Hannover in Route Gravitationswellen gemessen würden. Ich glaube, dass die Messung von Gravitationswellen ist ganz wichtig, weil sie nochmal eine neue Dimension oder eine neue Methode der Diagnostik eröffnet, was rauszufinden über das, was im Weltall passiert. Es wird jetzt sofort von Multimessenger geredet, dass man sozusagen auf allen Kanälen da was rausfindet. Aber wenn man jetzt sieht, wie lange es gedauert hat, das erste Mal so ein Signal zu sehen und wie man jetzt dazu kommt, immer wieder so was zu sehen und die Instrumente nochmal zu verbessern, dann glaube ich wirklich, dass es sein kann, dass da so eine Art neue Ära anbricht, wo man einfach viel mehr herausfindet über einen zusätzlichen Kanal, den man vorher nicht gehabt hat. Die Messung der Gravitationswellen erscheint mir bedeutend, weil es eine Möglichkeit ist, mehr zu sehen als das, was nur die Optik hergibt. Unsere Teleskope, die operieren alle im Bereich des Lichts oder des elektromagnetischen Spektrums besser. Es ist ja nicht immer sichtbares Licht, also gibt es die Röntgenteleskope und sonst was. Aber jetzt auch mal eine zusätzliche Information zu bekommen. Das, was man jetzt modernerweise immer Multiwellenlängen-Astronomie nennt. Das heißt also, aus mehreren Bereichen herauszukitzeln, was hier genau stattfindet. Das ist für mich die eigentliche Bedeutung. Der Beweis, dass es sowas gibt, ja, das ist ganz ehrlich, das ist nett jetzt. Aber eigentlich wussten wir es ja schon vorher. Also aus diesen Pulsar-Geschichten, diese PSR 19, 13, plus 16. Also Halsey und Taylor, die hatten das ja alles schon herausgearbeitet. Die hatten einfach ein System beobachtet aus einem Pulsar und aus einem Neutronenstern. Und wenn die so umeinander kreisen, dann wirken eben starke gravitative Einflüsse. Hier ist richtig viel allgemeine Relativitätstheorie am Werkeln gewissermaßen. Und dann hat man gesehen, aha, dass diese Frequenz dieses Signals, man sieht ja immer nur den Pulsar, wenn er richtig ausgerichtet ist, mit dem Signal eben zum Beobachter. Das heißt, man sieht ihn kurz, dann wieder nicht mehr, dann wieder kurz, dann wieder nicht mehr. Und das kreist jetzt umeinander. Und dann hat man eben festgestellt, dass diese Frequenz sich ganz allmählich hier verlangsamt. Dass also hier irgendwie Energie verloren geht. Verlorene Energiehaltung. Das heißt, es muss in einer anderen Form abgestrahlt werden. Da war also längst klar, okay, es gibt wohl solche Gravitationswellen. Man hat das theoretisch gerechnet, gefittet. Es hat alles wunderbar geklappt. Also das war für mich eigentlich schon der Beweis, dass es sowas geben wird da draußen. Nur das jetzt wirklich messen zu können und Rückschlüsse zu gewinnen auf die Objekte. Wo kann das Ganze eigentlich sein? Wo finden diese Kollisionen statt? Das ist ein neues Fenster in die Welt da draußen. Ein neues Fenster, das über die Beobachtung mit Licht hinausgeht. Wir haben jetzt die optischen oder die elektromagnetischen Beobachtungen. Wir haben die Neutrinos oder die Teilchen, die von da draußen kommen. Und wir haben jetzt eben ein drittes großes Fenster geöffnet in die Welt. Und das sind die Gravitationswellen. Das ist aus meiner Sicht diese tiefe Bedeutung dieser neuen Multiwellenlängenbeobachtung, die wir jetzt durchführen können. Alles andere natürlich, auf 10 hoch minus 22, 10 hoch minus 24 zuletzt, relative Genauigkeit, solche Daten herauszukitzeln, das ist, Einstein selber glaubte ja nicht mehr dran. Er hat ja selber gesagt, das wird nie was, das werden wir nie messen. Dass wir das können, dass das möglich ist überhaupt. Das ist natürlich unglaublich. Und das ermutigt auch auf anderen Gebieten die Menschen, sich an solche Feinheiten heranzuwagen. Also wenn es dann um dunkle Materie und solche Geschichten geht, wenn man dann liest, okay, bei manchen Experimenten, bei dem Aktionen nachweist, da wollte man jetzt irgendwie 10 hoch minus 27 Watt herauskitzeln. Da hätten früher alle gesagt, abgewunken. Ja, heute denkt man dann drüber nach und sagt sich, man soll nie nie sagen. Also, um es auf einen Punkt zu bringen, das Zentrale aus meiner Sicht in dieser Geschichte um Gravitationswellen ist die neue Möglichkeit, zusätzliche Information da draußen zu gewinnen. Naja, also die Messung von Gravitationswellen gehört praktisch zu den Eckpfeilern unseres physikalischen Weltbilds, weil damit eindeutig nachgewiesen wird, dass etwas mathematisch Konstruiertes, nämlich die Raumzeit, offenbar tatsächlich reale physikalische Wirkung hat und sogar eben tatsächlich oszillieren kann. Und damit ist ihr Realitätscharakter praktisch zu 100% nachgewiesen. Insofern ist das eine der ganz, ganz wichtigen Messungen in der Physik, weil sie wiederum eine Kante des Rands der erkennbaren Wirklichkeit abbildet und damit nochmal klar machen, wie epochal eigentlich das Unternehmen Physik geworden ist inzwischen, dass die Grenzen, die die Physik definiert, die Lichtgeschwindigkeit als Wirkungstransportgeschwindigkeit, das Planck'sche Wirkungsquantum als kleinste Einheit und so weiter. Und die Gravitation als ein Phänomen, das offenbar mit den Variationsmöglichkeiten von Raumzeit zusammenhängt, dass das alles tatsächlich richtig ist. Und die Prognosen, die da abgeliefert werden, sind von einer so hohen Qualität, man muss sich das nochmal klar machen, wir haben eine Wirkung, wir messen eine Wirkung, eine Längenänderung von 10 hoch minus 18 Metern, also von einem Tausendstel Protonenradius ausgelöst durch eine Verschmelzung von schwarzen Löchern auf der Längenskala von mehreren Milliarden Lichtjahren. Also das heißt, sie wird das Allergrößte mit dem Allerkleinsten über das Experiment an diesen Laserinterferometern verbunden und insofern muss ich sagen, das ist eine der Königsdisziplinen der Physik. Das musste unbedingt gemacht werden und dass es so gelungen ist, spricht nochmal für das gesamte Verfahren. Ja, Gravitationsfällen sind schon irgendwie ein neues Fenster im Weltall. Also wenn man jetzt überlegt, wir haben die Hauptinformationen übers Weltall aus dem Licht der Objekte, also elektromagnetische Strahlung. Dann haben wir die Positionsveränderungen, so ist die Astronomie über die Jahrhunderte groß geworden. Und dann kommen noch Teilchen dazu, was weiß ich, wir haben die Neutrinos, die Höhenstrahlung, Protonen und alles Mögliche, was durchs Weltall saust. Und jetzt haben wir natürlich mit Gravitationswellen nochmal ein neues Fenster, aber dieses Fenster heißt natürlich auch nur ein Guckloch in eine bestimmte Richtung, ist auch klar. Und jetzt ist die Frage, ob man diese Messergebnisse immer so gut interpretieren kann, dass die Puzzlesteine mit den anderen Fenstern gut zusammenpassen. Aber so gesehen halte ich es schon für eine gute Sache.